Hallo und herzlich willkommen zum Cloud Rider Tech Talk von OVH Cloud. Heute ist die erste Session einer neuen Podcast-Serie, in der wir ausführlich regelmäßig neue spannende Tech-Themen rund um die Cloud diskutieren wollen. Mein Name ist Stefan Schäfer und ich habe mit mir meinen Kollegen Jan. Hallo zusammen, ich bin Jan Theowald, ich bin technischer Account Manager bei OVH Cloud, zuständig für Enterprise-Kunden in der Cloud-Sektion. Genau und wir beide diskutieren nacheinander verschiedene technische Themen, um sie allen Zuhörern etwas näher zu bringen und das erwartet euch dann auch in einer Serie zukünftig. Das heißt, das hier ist nur die erste Variante und wir werden dann am Ende dieses Tech Talks noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Themen geben. Heute wollen wir über ein Thema reden, das ein bisschen gehypt ist im Moment und dass wir mal ein bisschen durchleuchten wollen, schauen, was es eigentlich damit auf sich hat. Und das Thema, das wir heute besprechen, heißt Cloud-Native. Jeder redet ein bisschen über Cloud-Native, überall wird gefragt, wie muss ich eigentlich etwas aufstellen, damit es Cloud-Native sein soll. Neue Entwicklungen laufen alle immer auf Cloud-Native. Und die Frage, die sich da draußen natürlich ergibt, Jan, ist, was sollen wir uns darunter eigentlich vorstellen? Ja, also Cloud-Native, wie du schon so schön gesagt hast, ist es extrem gehypt, natürlich aufgrund dessen, dass viele Unternehmen aktuell dabei sind, ihre Infrastruktur von On-Prem-Lösungen in die Cloud zu ziehen. Und da kommen die meisten Firmen dann in die Überlegung, ja, sind meine Applikationen überhaupt Cloud-Native oder können die überhaupt in der Cloud gestartet werden, so wie ich die damals entwickelt habe? Und dann kommen natürlich die Entwicklerteams darauf, nochmal genauer hinzuschauen und dann sehen sie, ja, die sind nicht Cloud-Native. Also was ist Cloud-Native? Prinzipiell spricht man bei Cloud-Native von einem Ansatz der Entwicklung, diese robuster und vor allem auch die Software robuster zu machen. Das heißt, man wechselt in der Vorgehensweise des Entwicklungszyklus vom klassischen, zum Beispiel Wasserfallmodell, wie man das früher immer gelernt hat, zu agilen Projektzyklen. Wichtig hierbei ist, dass diese Zyklen klar voneinander getrennt sind. Die können parallel zueinander laufen. Nicht wie beim Wasserfallmodell, die quasi wie ein Wasserfall oder wie ein Faden von A nach B läuft, ohne Rückschritt, sondern einfach klar durch von A nach B parallel. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite einen Vorgehenswechsel, weil früher haben wir ja immer im V-Modell oder Vorgehensmodell Projekte abgearbeitet. Das heißt, hier arbeiten wir mehr Scrum-mäßig. Ist das das Richtige? Genau. Also Scrum ist einer der agilen Projektzyklen. Es ist kein Zyklus, aber Vorgehensweise. Scrum selbst hat ja da noch unterschiedliche Aspekte dahinter, aber das kann man grob genauso sagen, ja. Das heißt also auch, ich baue jetzt nicht mehr so große Pakete von Software sozusagen, wo ich sage, okay, ich habe eine einzige Delivery für zum Beispiel ein CRM-System, sondern ich delivere kleinere Häppchen, die ich dann auch durchaus parallel entwickle in agilen Projektzyklen. Richtig? Genau. Also die Vorgehensweise ist die, eine Cloud-Native-Applikation zeichnet sich dadurch aus, dass sie aus einzelnen Komponenten besteht. Also wenn man es jetzt mal in die heutige Zeit oder in die frühere Zeit mal sich auf dem Windows-Desktop zurückerinnert, man hat eine Applikation, nehmen wir jetzt mal den PowerPoint oder irgendwas anderes, eine Applikation, die hat man gestartet und da hat man quasi die Software. Ja. Klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriges Beispiel, aber da gab es nur eine Komponente. Man hat alles in eine Applikation gepackt. Bei Cloud-Native-Anwendungen ist es so, die haben einzelne Microservices, also kleine Komponenten, die nur eine Aufgabe haben. Zum Beispiel, wenn man eine Web-Applikation hat, läuft der Web-Server nur auf, läuft nur der Web-Server, dann läuft auf einer anderen Schiene nur der SQL-Server oder das Datenbankmanagement-System und im dritten Layer dann noch vielleicht eine andere Komponente, vielleicht ein Load-Balancer oder sowas in die Richtung. Meistens wird das nicht dann als Applikation direkt gesehen, aber das gehört dazu. Das heißt, ich gehe also nicht hin und schreibe ein großes Lastenheft über die Gesamtapplikation, sondern ich fange an, kleine Komponenten aufzuschreiben und definiere dann sozusagen Microservices, aus denen meine Gesamtapplikation besteht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gehaltsabrechnung habe, dann hat die halt verschiedene Schritte und dann mache ich daraus einzelne Microservices und die werden dann einzeln implementiert, unabhängig voneinander. Genau, das ist genau die Vorgehensweise. Man schaut halt, dass man es skalierbar macht, also damit man es skalierbar machen kann und auch vor allem automatisieren kann, dass diese Komponenten relativ voneinander getrennt sind, bestenfalls natürlich komplett getrennt, dass sie in ihrem eigenen, wie soll ich sagen, Umgebung eigenständig laufen können und sich nur auf ihre Aufgabe konzentrieren. Und Skalierbarkeit heißt in dem Falle, also wenn ich jetzt, ich nehme mal wieder meine Gehaltsabrechnungsbeispiel, dann gibt es ja verschiedene Funktionen davon, die stärker beansprucht werden oder stärker benötigt werden als andere. Und wenn ich jetzt sage, ich habe Microservices, dann kann ich nur diesen Microservice, der mehrfach benötigt wird, skalieren und brauche nicht die gesamte Applikation skalieren. Genau, richtig. Wenn irgendein Teilkomponent nicht ausreichend verfügbar ist, aus irgendwelchen Gründen, können die innerhalb der Cloud skalierbar sein. Wie das gemacht wird, kommen wir mit Sicherheit später nochmal darauf zurück, also wo die Applikation dann im Endeffekt auch rausgeführt wird. Aber man spricht halt in der Regel halt oder man holt eher so ein bisschen Best-Practice-mäßig die fünf Grundsätze automatisierbar, skalierbar, änderbar, unabhängige Komponente, also das, was wir gerade besprochen haben. Und dadurch ergibt sich, dass es auch portable ist. Es ist nicht abhängig von verschiedenen einzelnen anderen OS-Komponenten, also vom Betriebssystem, sondern dadurch, dass es so konzipiert ist, kann es relativ einfach auch portiert werden auf andere Systeme. Und dadurch ist es halt skalierbar. Und dann ist es auch egal, auf welchem Host oder VM das Ganze ausgeführt wird. Aber die Technik dahinter, kennen wir natürlich alle, sind die Container, die das dann auch ermöglichen. Aber da kommen wir mit Sicherheit gleich. Genau. Also du hast gesagt, automatisierbar, skalierbar, änderbar, unabhängig und portable. Das heißt also, ich hake die mal ganz kurz der Reihe nach ab. Also automatisiert heißt quasi, dass ich die, wie soll ich sagen, die Anzahl oder die Start und Stopp meines Microservices automatisieren kann sozusagen. Richtig? Ja, das ist eine der Komponente, also eine der Vorteile. Automatisierbar auch, weil die Microservices untereinander auch kommunizieren können. Es muss keine menschliche Interaktion passieren in dem Fall, sondern durch andere Mechanismen, über zum Beispiel APIs, ist es möglich, dass die Microservices untereinander kommunizieren können. Und sich dann auch hoch und runter fahren können, wo sowieso benötigt werden. Skalierbar, da hatten wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen speziellen Microservice besonders stark benötige, weil gerade eine Hochkonjunktur für diesen Service ist, dann kann ich nur diesen Service skalieren, indem ich halt den auf mehrere Virtual Machines dann dazu buche. Ja, oder genau. Entweder auf Virtual Machines oder halt Container. Ah ja, richtig. Aber das hängt natürlich vom Anwendungszweck ab. Es sollte natürlich zum Use Case passen, diese Skalierbarkeit. Ist aber jetzt schwierig zu sagen, dass es generell so sein sollte. Aber der Grundgedanke dahinter ist, man sollte diese Vorgehensweise immer im Kopf haben, diese Vorgehensweisen, diese fünf, damit man halt das Ziel nachher erreicht. Natürlich macht es manchmal keinen Sinn, das skalierbar zu machen, weil einfach der Sinn und Zweck der Komponente es einfach nicht hergibt. Ich gehe die weiter durch. Dann waren wir bei Änderbar. Das heißt quasi, dass ich nur meine einzelne Komponente ändern oder meinen Microservice ändern kann, ohne dass ich den Gesamtzusammenhang wieder ändere, weil die halt über APIs miteinander kommunizieren. Genau. Hier spiele ich tatsächlich entweder Update-Fähigkeit oder auch wenn ein Patch eingespielt werden müsste. Es ist halt ein Vorteil. Wenn eine klassische Applikation früher ein Patch benötigt hatte aufgrund eines Bugs oder ein Update eingespielt wurde, war es teilweise problematisch. Man musste die komplette Applikation herunterfahren. Es gab ein Downtime. Man musste die Maintenance planen, also die Wartungsarbeiten planen. Hier ist es tatsächlich so, da die Komponenten untereinander zwar agieren, aber voneinander getrennt sind, ist es einfacher. Man könnte theoretisch sagen, es ist ein Mischbetrieb im ersten Mal oder man macht ein direktes Update. Oftmals fällt das dann überhaupt gar nicht auf. Es muss nichts geplant werden. Daher ist es einfach viel kosteneffizienter auch. Man muss keine Wartungsarbeiten planen. Das heißt, die Endkunden, die das Produkt nutzen, haben dadurch auch keinen Verlust und müssen auch vielleicht nicht auf SLAs achten. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Fehlerpatch gewesen wäre, der schnell eingespielt wurde. Es ist das Gesamtpaket. Macht es einfach runder, sage ich mal. Ja, ich komme ja aus einer Zeit, wo man noch diese großen Mainframe-Applikationen hat und wenn man da einen Änderungszyklus drin hatte, dann war das immer ein riesiger Aufwand, weil man immer das Gesamte, weil es halt nicht in Komponenten und Microservices aufgeteilt war, musste man immer alles gemeinsam in einen Update-Zyklus hineinpacken und der war entsprechend aufwendig. Und hier hat man dann durch diese Microservice-Architektur natürlich deutliche Vorteile. Ich bin noch bei den fünf. Der letzte war Portable. Portable oder Portable oder Portierbar würde quasi auch bedeuten, dass ich auch zwischen verschiedenen Cloud-Architekturen wechseln kann oder Cloud-Anbietern dann einfach wechseln kann, weil ich ja dann über APIs miteinander kommuniziere und quasi das, was da drunter liegt, ist dann gekapselt. Genau. Man kann sagen, wo der Rechner steht, ist egal. Das ist halt auch einer der Grundprinzipien. Früher hat man tatsächlich auch Wert gelegt, wo und wie und musste sich entscheiden. Heutzutage ist es so, man hat in der Regel eine Plattform, auf der man die Infrastruktur verwaltet und die Cloud-Dienste sind dahinter. Man weiß oftmals, vielleicht weiß man schon und man sieht es noch anhand der Abrechnung, wo was liegt, aber prinzipiell, die Maschine oder die Container, der ist es egal, wo es liegt. Hauptsache es wird ausgeführt. Und das ist halt, sag ich mal, eine sehr gute Verbesserung, weil es wird automatisch auch ein bisschen auf Disaster-Recovery geachtet. Also man hat mehrere Availability-Zones dadurch und man hat automatisch diesen Aspekt des Disaster-Recoverys oder auch einfach der Multi-Site-Distribution hat man einfach direkt automatisch mit abgedeckt. Früher hat man sich Gedanken gemacht, ja, da muss ich das noch hierhin replizieren und so weiter und so fort. Man hatte mehrere Schritte dafür tun müssen. Heutzutage ist es so, in der Plattform kriegt man einfach eine neue Availability-Zone an. Es werden neue Nodes gespawnt, also diese Ausführer für die Applikation. Das können VMs sein, das können Bare-Mittelservers sein, das kann ein neuer Host in der VMware-Umgebung sein, das ist egal. Und dort werden dann aber keine VMs direkt gestartet zum Ausführen, sondern Container. Genau, zu den Containern kommen wir gleich nochmal. Der Vorteil dieser Lösung ist also, dass ich schnellere Update-Zyklen habe. Und dann logischerweise habe ich auch viel weniger Aufwand im Qualitätsmanagement, weil ich ja immer nur noch quasi den Service, den ich ändere, retesten muss sozusagen. Genau, richtig. Hier ist halt das G-Sport Continuous Delivery. Man fährt immer fort mit seiner Vorgehensweise und dadurch, dass das Qualitätsmanagement nicht die komplette Applikation jedes Mal im Testzyklus mit einbeziehen kann, sondern einfach auf die einzelnen Komponente eingehen kann, weil sie unabhängig voneinander funktionieren, spart man natürlich irgendwo auch Zeit. Ich meine, es gibt ja verschiedene Testmöglichkeiten und auch Vorgehensweisen. Was aber hier das halt einfacher macht, ist, oftmals war früher es schwierig, Unit-Testing zu machen, also einzelne Komponente, die man gerade entwickelt hat, automatisiert testen zu lassen, weil das Konzept einfach nicht dafür geschaffen war oder einfach nicht gab. Die Entwickler haben sich schwer getan. Heutzutage ist es tatsächlich einfacher. Die meisten Tests werden über Unit-Tests abgefangen. Natürlich werden auch Integrationstests und so weiter auch gemacht, aber der Augenmerk liegt halt auf Automatisierung und da ist halt Unit-Testing einer der wichtigsten Komponenten, weil das während der Entwicklung schon gemacht wird und dauerhaft vor allem. Das ist, ja, eine sehr große Zeitersparnis und automatisch dazu steigt dann auch die Qualität der Software oder der Komponente. Klar, weil ich ja auch eventuelle Fehler viel schneller beheben kann und nicht immer auf große Update-Zyklen warten muss, sondern das halt durch die Aufgabentrennung dann spezifisch machen kann, nur an dem Punkt, wo der Fehler aufgetreten ist. Genau. Wir haben ja schon gesagt, dass alles diese Segmentierung, diese Einteilung in Microservices, die funktioniert auch deswegen, weil die Microservices untereinander kommunizieren und ich dann eben, jeder Microservice quasi das anstößt an Funktionen in einem anderen Microservice, was er gerade benötigt. Und dafür benutzt er ja das Application Programming Interface, wie man so schön sagt, oder die Programmierschnittstelle auf Deutsch und abgekürzt sind das die APIs. Und das ist ja quasi einer der Kernpunkte dieser Kommunikationsfähigkeit und damit auch der Segmentierung, dass ich dann über APIs quasi rede. Genau. Natürlich hängt es hier auch von dem Sinn und Zweck der einzelnen Komponente ab, ob es Sinn macht, eine API dafür zu schreiben oder ob überhaupt Datenaustausch hier möglich ist oder notwendig ist. Aber das Konzept hat sich halt schon seit Jahrzehnten bewährt, APIs zu haben, also zum Datenaustausch. Und wie du schon so schön gesagt hast, ist es halt nichts anderes als eine Programmschnittstelle. Früher, wenn man das ein paar, 40, 50 Jahre zurückgeht oder sogar noch ein bisschen weiter, gab es auch schon APIs. Zwar nicht so APIs, die wir jetzt heute kennen, also restvoll APIs, die zum Beispiel über das Internet Daten rausgeben über XML oder JSON, sondern in dem Fall waren das halt Binärschnittstellen, die das Betriebssystem genutzt hat für Datenaustausch. Also das war noch 50, 60 Jahre, bevor man überhaupt über Container, Virtualisierung und irgendwas anderes gesprochen hat. Und ja, man hat sich einfach diesem Konzept bedient. Man hat es immer weiterentwickelt. Und siehe da, wir haben jetzt so weit geschafft, dass wir einzelne Applikationen über das Netz Daten austauschen können. Die APIs sind standardisiert, also die gehen nach Schemen oder Strukturschemen restvoll zum Beispiel vor. Ja, und dann macht es auch einfach für die Entwickler einfacher, das Ganze so ein bisschen hochverfügbar zu machen in dem Fall. Weil wie wir ja schon gesagt haben, die Container sind austauschbar. Es ist egal, ob oder die Container dort, wo die Komponenten laufen, sind austauschbar. Ja, man muss nicht nochmal alles von neu aufsetzen. Man muss das nicht pflegen wie ein Haustier, wie man so schön immer sagte, sondern es ist, hört sich jetzt zwar extrem an, aber es ist halt ein Nutztier, ist vielleicht nicht ganz so ein schöner Ausdruck, aber es würde quasi den Sinn erfassen von dem Ganzen. Jetzt haben wir schon mehrfach das Wort Container genannt im Zusammenhang mit Microservices und eben nicht Virtual Machine, sondern Container. Sollen wir da mal kurz drauf eingehen, was wir darunter eigentlich genau verstehen unter Containern? Ja, gerne. Also, wie wir jetzt schon wirklich sehr oft gesagt haben, Container ist auch sehr wichtig in der Cloud-Native-Umgebung. Man hat halt in der Vergangenheit festgestellt, dass viele Dinge, also viele Applikationen schwer machen, die zu portieren oder weiterzuentwickeln, weil die Ressourcen immer mehr werden und so weiter, entweder zurückzuführen auf schlechtes Qualitätsmanagement oder weil es die Applikation einfach benötigt hatte. Ich meine, Container gibt es auch, also das Konzept der Container gibt es schon 20 Jahre ungefähr, so mit der 2000er gab es schon Ansätze zur Containerisierung. Nur zu dem Zeitpunkt war die Virtualisierung der, sage ich mal, mehr am Kommen. Man hat halt, anstatt direkte Server zu installieren mit irgendwelchen Applikationen, hat man dann das Ganze virtualisiert, hat dann eigene Betriebssysteme auf diese VMs installiert, also viele, man musste viele zusätzliche Abhängigkeiten erfüllen, bevor eine Applikation auf dieser VM gelaufen ist. Manchmal hat dann eine VM fast die ganze Ressource des Hosts eingenommen, was dann auch wieder den Sinn und Zweck der VM irgendwo ein bisschen weggenommen hat. Und da ist man halt auch hingegangen und gesagt, ja gut, ich bräuchte ja nicht alles vom Betriebssystem. Ich bräuchte tatsächlich nur ein, zwei kleine Erweiterungen innerhalb eines abgeschirmten Raumes, in der ich dann meine Applikation ausführen kann. Der Gedanke war schon früher da, aber die Entwicklung hatte halt eher so auf die VMs gesetzt. Und ich kann es mich korrigieren, aber so ab 2010, so um die Dreh, hat man dann langsam angefangen zu sagen, okay, wir müssen auch ein bisschen auf unsere Ressourcen achten, kostet alles zu viel Geld, wenn man alles virtualisiert. Und da hat man halt angefangen, diese Containerisierung ein bisschen voranzutreiben und einfach einen Raum zu schaffen, der isoliert ist, aber trotzdem Standard- oder Standard-Komponenten des Betriebssystems selbst nutzt. Das heißt also, bei Containern stückele ich quasi das Betriebssystem nochmal, das darunterliegende auf, und nehme in den Container mit hinein nur die Funktion des Betriebssystems, die ich für meinen Microservice benötige. Und alle anderen zusätzlichen Funktionen des Betriebssystems, die nehme ich gar nicht mehr mit. Korrekt? Also man muss nicht mehr ein komplett neues Betriebssystem aussetzen, so wie es in der VM war. Die Idee dahinter ist einfach, dass man ein bisschen Ressourcen spart und vor allem quasi es einfacher macht zu portieren und die Wartung auch etwas zu minimieren. Früher musste man jede VM-Update mit Updates versorgen für das Betriebssystem. Beim Container ist es so, man passt sein Image an, also quasi ein Abbild des Containers, wo man quasi beschreibt, was für Abhängigkeiten man braucht in einem separaten Konfigurationsfile. Dann stoppt man den alten Container und startet einfach einen neuen. Und der andere ist dann weg. Man hat dann quasi die Updates innerhalb von ein, zwei, maximal zwei Sekunden hat man dann eingespielt, indem man einfach einen neuen Container gestartet hat. Bei einer VM, mein Device ist genau so, wahrscheinlich besser als ich, man musste sich auf die VM verbinden, man musste Updates machen, dann hat irgendwas nicht funktioniert, dann musste man erstmal Troubleshooting machen. Gut, natürlich sollte man erstmal, auch früher erstmal alles in der Testumgebung abspielen oder durchspielen, bis man das Update einmal getestet hatte. Aber okay, meistens hatte man nicht die Ressourcen dazu, also zeitlich gesehen und auch Manpower mäßig. Also hat man es im Live-System gemacht. Und ja, was soll ich sagen, oftmals ist das halt leider auch in die Hose gegangen. Das ist genau, ja. Todsünde sagten wir früher dazu, aber wurde trotzdem gemacht. Vor allem freitags. Ja, genau. Freitags nach Mittags. Genau. Beste Updates. Das heißt, bei Containern, wenn ich heute eine Virtual Machine mir bei, was weiß ich, bei OVH Cloud zum Beispiel antickere, dann suche ich ja normalerweise ein Betriebssystem noch aus. Das brauche ich jetzt bei Containern so in dem Sinne dann eben nicht mehr machen. Weil ich liefere das im Image mit für den Container. Genau. Also im Image selbst ist dann halt ein Betriebssystemkomponenten oder sind dort drin. Es ist nicht ganz, man kann es nicht ganz als eigenständiges System sehen. Es gibt auch die Möglichkeit, eigene Betriebssysteme in einem Container zu starten. Macht aber nur bedingt Sinn. Aber das hängt tatsächlich auch von der Applikation ab. Was für Ressourcen vom Betriebssystem, benötigt werden, um halt die Applikation zu starten. Und das ist halt der Sinn und Zweck dahinter. Du hast jetzt eben schon gesagt, bei OVH Cloud kann man natürlich auch weiterhin Virtual Private Server bestellen, auch in unserer Public Cloud. Aber hier bieten wir halt automatisch auch schon Betriebssysteme oder Betriebssysteme an, wo es direkt möglich ist, Container zu starten. Das heißt, wir haben den Grundgedanken hier schon mit inkludiert, dass der Kunde potenziell Interesse hätte an Containerisierung für seine Applikation. Oder zum Beispiel zum, wenn er uns als Testmöglichkeit nutzen wollen würde. Gut, Container. Ein wichtiger Aspekt, ich weiß nicht, ob wir den schon vollständig beleuchtet haben, wir haben natürlich gesagt, okay, Container sind jetzt also austauschbar. Sie sind auch schnell skalierbar, weil ich Images halt austausche, hochfahren kann, zusätzliche Images hochfahren kann. Sie sind auch portierbar, weil sie ja dann quasi das Betriebssystem in sich mit drin haben sozusagen. Genau. Also man, vielleicht fängt man mal von vorne an. Also wenn man dabei ist, halt ein Image für die verschiedenen Container, Container-Ausführer. Fällt gerade das Wort nicht mehr ein, tut mir leid. Bei Virtualisierung ist es Hypervisor, beim Container ist es quasi der Leer oben drüber, der das quasi ausführt. Ich nenne jetzt einfach mal als Exempel Docker, quasi der Ausführer. Genau. Wenn man da hingehend jetzt versucht, ein Container-Images zu erstellen, sucht man sich quasi die Komponenten aus. In der Regel gibt es schon vorgefertigte Container-Images, die man nutzen kann, die halt die Basics mit inkludiert haben. Und dann fügt man quasi seine Applikation dort mit rein, macht die Konfiguration im ersten Schritt mit und dann ist das fertig. Dann kann man das wieder auf einem Repository, entweder Public oder Private, irgendwo hochladen. Es gibt ja auch von Docker ein Public-Repository. Dort sind viele schöne Images schon vordefiniert. Diese kann man nutzen, ein eigenes Image draus bauen und dann entweder privat verwalten oder anderen das Ganze halt schon zur Verfügung stellen. Und dann ist es nachher egal, wo ich es ausführe. Hauptsache ist, dass man die gleiche Container-Engine, jetzt habe ich das Wort, jetzt ist es mir wieder eingefallen, nutzt. Oftmal kann man die auch mischen. Aber ja, das hängt herzlich auf wieder. Das ist dann für einen nächsten Podcast ein Thema. Genau, da könnte man stundenlang weiter reden drüber. Genau. So, wir reden ja aber auch, als wir angefangen haben, über Cloud Native zu sprechen, haben wir gesagt, okay, wenn ich jetzt eine Applikation nehme, die schon da ist, wie kann ich die eigentlich in die Cloud bringen? Und dann müssen wir gucken, ob ich eine große Applikation, die ich irgendwo habe, ich nehme wieder meine Gehaltsabrechnungsanwendung als Beispiel, wie kriege ich die in die Cloud? Ist sie überhaupt in der Lage, Cloud Native zu sein? Und dann ist es ja oft so, dass ich dann diese großen Moloche an Executables habe, die natürlich ganz und gar nicht Microservice orientiert sind. Und da ist schon die Frage, wie kann ich eigentlich meine bestehenden Applikationen in die Cloud transformieren und vor allen Dingen Cloud Native machen? Ja, das haben sich viele große Firmen gefragt oder auch viele kleine Firmen gefragt. Also oftmals ist das nicht so einfach möglich, weil es, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, es ist halt eine ganz andere Denkensweise. Man geht ganz anders an die Sache ran. Das dahinterliegende Design ist oftmals gar nicht dafür geschaffen worden, Cloud Native zu sein, weil es einfach früher so war. Das heißt halt für die Unternehmen selbst, sie müssen es neu designen. Sie müssen oftmals tatsächlich auch erstmal ihre Entwickler oder neues Personal einstellen, die genau diese Grundsätze schon haben oder damit sie es bekommen, da muss das komplett neu designt werden. Also die Applikation muss von neu geplant werden. Natürlich kann man Komponenten, die schon existieren, Codezeilen oder Ähnliches kann man nutzen. Klar, darum geht es nicht. Da geht es tatsächlich um, wie diese Software nachher untereinander oder die einzelnen Komponente untereinander miteinander dann auch agieren können. Also quasi die APIs dann schreiben und auch das Netzwerkdesign dafür schaffen. Ja, und oftmals kommt es dann im ersten Schritt dann schon darauf an, ist es überhaupt rentabel, das Ganze für mich zu machen, weil man muss Manpower, man muss Zeit investieren. Das ist natürlich alles viel Geld. Und oftmals wird es probiert, auf irgendeine andere Weise halbfertig zu machen. Aber meistens läuft es dann dahingehend hinaus, dass es dann eher so auf einen Mischbetrieb rausläuft, dass man einzelne Komponenten rauszieht, die relativ klar abtrennbar sind und dann macht man es halt irgendwie Hybrid-mäßig. Ja, das ist genau die Frage. Wenn ich so eine große Applikation dann vor mir habe, lohnt es sich, die umzubauen und dann quasi Microservices überhaupt zu erstellen oder schiebe ich einfach diesen Moloch dann auf eine Virtual Machine? Dann habe ich zumindest schon mal nicht mehr ein eigenes Datacenter, sondern ein Cloud-Datacenter, aber ich habe natürlich die ganzen Skalierbarkeitsmöglichkeiten alle nur suboptimal ausgenutzt, weil ich die Applikation als Moloch quasi transferiert habe. Und dann muss ich sie halt sukzessive wahrscheinlich umbauen. Das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, zu sagen, okay, ich schiebe erst mal das Gesamtpaket rüber, so effizient das auch am ersten Schritt vielleicht ist, und wagen dann an sukzessive umzubauen. Ist auch eine Vorgehensweise. Das ist immer schwierig zu sagen, das so zu pauschalisieren. Was ist jetzt das Beste? Man muss sich halt immer quasi das große Ziel erst mal setzen. Ich möchte eine Software entwickeln, bei der ich Neuerungen schnellstmöglich an den Kunden heranbringen will. Und klar, das war in der Vergangenheit vielleicht auch so, aber sagen wir es wie es ist, früher war das nicht immer ganz so einfach möglich, weil, wie wir schon erklärt haben, es manchmal auch zu Unstimmigkeiten des Ausführen des Systems kam, wenn es Updates gab. Man musste nacharbeiten. Und hier, wenn man es genauso nach den fünf Prinzipien halt auch entwickelt, ist es viel einfacher möglich, weil man einfach unabhängig ist von den anderen Komponenten. Und natürlich kann man dann auch das scheibchenweise machen, die Salami-Taktik, aber das hängt tatsächlich auch, da muss man trotzdem Ressourcen investieren. Also man braucht trotzdem die Leute und auch die Zeit dazu, das Ganze auch parallel zu dem anderen nochmal aufzubauen. Ja, ich glaube, das ist auch dann eine individuelle Betrachtung, die man in Fall für Fall an sich anschauen muss und überlegen muss, okay, macht es überhaupt Sinn, das so sukzessive zu portieren oder baue ich es nicht gleich ganz neu und baue dann entsprechend der Cloud-Native-Ansätze quasi meine Applikation neu und habe sie dann automatisch Cloud-enabled und containerized. Das ist etwas, wo man auch dann wahrscheinlich sich business-case-mäßig mal pro Produkt und pro Projekt sich das genauer anschauen muss und sagen muss, welche Ressourcen habe ich überhaupt zur Verfügung? Ist mein Team schon Cloud-Native-enabled? Kann mein Team eigentlich schon Cloud-Native implementieren? oder ist das noch nicht so? Komme ich in einem absehbaren Zeitrahmen dahin, dass sie das tun können und lohnt sich dann eben ein sukzessiver Ablauf oder sollte ich nicht vielleicht dann lieber sagen, dann mache ich einen Cut, baue neu und betreibe das alte halt so lange weiter, bis ich die Cloud-Native-Ablösung dann quasi implementiert habe. Das kann aber dann entsprechend auch dauern, logischerweise. Genau. Also man kann grob sagen, wenn man das richtige Werkzeug dazu hat, also in dem Fall die Mitarbeiter, die gut geschult sind, kann man auch das Projekt professionell umbauen. Es hängt immer vom Werkzeug ab, auch wenn man im Handwerk ist. Für hausüblichem Gebrauch, gerade aus dem Baumarkt, das Billigste ist immer gut, das ist für schnelle Lösungen okay, aber hinterher vielleicht bereut man es, weil es dann nicht richtig hält. Das Gleiche gilt natürlich auch in der Entwicklung von Applikationen. Also wenn die, das Toolbox, auf das man zurück, oder die Toolbox, auf die man zurückgreifen kann, also die Leute und deren Knowledge schon dafür geschaffen ist oder schon da ist, natürlich kann man das probieren. Spricht nichts dagegen, ist aber, wie du schon gesagt hast, eine Einzelfallenschaft. Aber wichtig ist, man sollte schon die richtigen Werkzeuge schon zur Hand haben. Das ist definitiv wichtig. Genau. So, jetzt haben wir das Thema Cloud Native einmal so ein bisschen von allen Seiten beleuchtet und sind auch ein bisschen tiefer reingegangen. Ich denke, wir haben eigentlich einen ganz guten Überblick geschafft. Was meinst du, Jan? Also ich bin ganz zufrieden. Natürlich gibt es immer noch einige Dinge, die man noch mehr oder besser ausführen kann, aber als groben Überblick würde ich sagen, haben wir einiges zusammengetragen an Informationen. Das finde ich auch. Ich fand es spannend. Und bevor ich jetzt dir danke, sage ich noch, welche Themen wir so auf der Schiene haben. Also das nächste Mal wollen wir dann, wir haben ja heute schon viel über APIs ansatzweise gesprochen, aber da kann man noch viel tiefer reingehen. Und das werden wir dann genau in der nächsten Folge vom Tech Talk von OVH Cloud machen. Dann danke ich dir für deine Hilfe und Unterstützung. Der Jan wird auch das nächste Mal wieder dabei sein. Vielen Dank, Jan. Gerne. Auch vielen Dank für deine Zeit und vor allem auch die Moderation. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, wünschen wir allen noch einen guten Tag und einen schönen Tag. Und wir sehen uns auf diesem Kanal dann beim nächsten Mal wieder. Danke sehr. Genau. Vielen Dank. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020